In der Untersuchung im Auftrag des CSU-Gesundheitspolitikers Stefan Pilsinger führen die Rechtsexperten des Bundestags zwei EU-Verträge auf, an die auch Deutschland gebunden sei und die einer kontrollierten Cannabis-Legalisierung entgegenstünden. So schreibe beispielsweise der sogenannte EU-Rahmenbeschluss vor, dass jeder Mitgliedstaat das Herstellen anbieten sowie Verkaufen von Drogen unter Strafe stellen muss. Außerdem habe sich Deutschland im sogenannten Schengen-Protokoll verpflichtet, die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln zu unterbinden. Die Parlamentsjuristen weisen zudem darauf hin, dass die Niederlande nicht als Vorbild für die geplante Cannabis-Legalisierung dienen könnten. Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger sagte der dpa, Cannabis wie in den Niederlanden einfach zu dulden, dürfe für Deutschland keine Option sein. Der Jugendschutz müsse immer oberste Priorität haben. Der Bundes-Drogenbeauftragte Burkhard Plinert, SPD, hatte einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung für frühestens Ende des Jahres angekündigt. Aus Berlin, Uli Haug.